Wie können Sie die Zeit und Ressourcen für den Transport schwerer Lasten halbieren? Im Bereich der industriellen Handhabung ist es immer eine Herausforderung, Hindernisse zu überwinden und Maschinen in engen Räumen zu platzieren. Es werden viele Maschinen, Personen und zusätzliche Ausrüstung benötigt. Rampen, Türführungen und unebene Böden blockieren den Transport und verlangsamen die gesamte Arbeit. Diese und viele andere Schwierigkeiten wurden mit einer einzigen Maschine gelöst. Apollo ist das einzige modulare System zur Bewegung von Lasten bis zu 75 Tonnen, einfach, schnell und sicher. Apollo wurde entwickelt, um dort zu bestehen, wo alle anderen scheitern. Er kann problemlos beschädigte Böden, Türführungen, Abflussgitter, Rampen oder Stufen überwinden. Die Rollen, gefertigt aus einem exklusiven Pro-Grip-Polymer, verteilen den Druck gleichmäßig und reduzieren ihn bis zu 12 Mal im Vergleich zu herkömmlichen Rollen. Dank der Pro-Grip-Rollen ist das Überwinden von Hindernissen und das Arbeiten auf unebenen Böden kein Problem mehr. Um all diese Hindernisse, Rampen und Steigungen ohne zusätzliche Ausrüstung zu überwinden, haben wir ein äußerst leistungsstarkes Steuerungssystem entwickelt. Es gibt vier Zentralen mit 230 Volt Wechselstrom, mit 400 Volt Drehstrom, mit 48 Volt Batterien mit kompakter Versionen, mit 48 Volt Batterien, die leistungsstärker sind. Alle vier Modelle gewährleisten eine vollständige Kontrolle dank der hydraulischen Pumpen mit proportionale Regelungen von Traktion und Geschwindigkeit. Neben der Antriebseinheit umfasst das Apollo-System ein angetriebenes Fahrwerk und zwei hintere Lastrollen. Die vorderen Fahrwerke können Lasten von bis zu 24, 45 und 75 Tonnen bewegen, mit einem Wendekreis um die eigene Achse. Die hinteren Lastrollen sind vier, mit Tragfähigkeiten von 15, 25, 30 und 50 Tonnen pro Paar. Sie sind mit einem Pendelmechanismus ausgestattet, um Hindernisse zu bewältigen und das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Mit Apollo benötigen Sie keine verschiedenen Maschinen mehr für unterschiedliche Situationen. Es ist ein modulares System mit austauschbaren Komponenten. Das bedeutet, dass es je nach Art der Arbeit konfiguriert werden kann, indem einzelne Teile oder Antriebseinheiten ausgetauscht werden. Man kann einfach von drei auf vier Auflagepunkte wechseln. Auch alle lenkbar. Das Führen eines Apollo ist wie das Führen eines ferngesteuerten Autos. Einfach, intuitiv, sicher. Alle Bewegungen sind proportional von 0 bis 100 Prozent einstellbar. Dies hilft, die zu transportierende Maschine in kürzester Zeit in engen Räumen zu positionieren. Das hydrostatische System ermöglicht es, auch die Bewegung auf Rampen und Steigung sicher zu gewährleisten und zu kontrollieren. Apollo – das einzige System, das Ihnen hilft, die Zeit und Ressourcen für die Bewegung schwerer Lasten zu halbieren.